...einem von diesen Goa-Ult vertrauen müssen. Das ist unsere einzige Chance, Anubis für immer auszuschalten. Und auf Yous Wort war bisher meistens Verlass. Ich wollte doch nur noch mal klarstellen, dass das der verrückteste Plan ist, den wir uns je ausgedacht haben. Verrückter als ein aktives Stargate an den Rumpf einer X-302 zu hängen? Oh ja. Verrückter als die Sprengung einer Sonne? Ja. Vermutlich hat er recht.